Okay, ich nehme jetzt gerade auf, also schon wieder, Alter, Leute, so zu viele CVs, ehrlich. You, Re, oh ne, die hatten geschrieben, ne, ne, machen sie nicht, ne, oder? You, Re, oh ne, die hatten geschrieben, ne, ne, machen sie nicht, ne, oder? You, Re, oh ne, you, you, okay, die haben geschrieben, die Re, oh ne, okay, get ready to die, get ready to ban. Ey, wieso bin ich nicht ready, ich hab doch ready gemacht. Rambo. Jesus, Leute, Jesus. Weißt du, keine Ahnung, ähm, ich hab das Gefühl, die hacken, ganz ehrlich, ich hab grad so ein dummes Gefühl, ne. Alter, keine Ahnung, ich hab grad so... Ja, werden wir, werden wir, werden wir, wenn uns die Munitionsbolzen um die Ohren fließen. Ähm, wenn, ihr geht am besten gar nicht bei zwei rein, ihr stellt euch nur beim Haus dahin, weißt du, da ist doch diese Kiste, da könnt ihr zur Bombe gucken, das reicht. Wenn die da kommen, dann müssen wir sowieso da alle hin, weißt du, wenn wir aber gesammelt gehen, dann haben wir mehr Möglichkeiten, was zu machen, als wenn nur zwei da stehen, weißt du. Dann safen wir erst links, komplett, und, äh, ein, zwei Leute gucken nur in die Richtung zu den Dings, wo sie dann die Bombe sehen können, ja. Machen wir das so? Haben wir wieder keinen Sunny. Aber wir haben jetzt Dings, ne, wir müssen planten, oder? Die haben auch keinen, die haben auch keinen Sunny. Die haben auch keinen, ja. Die haben zwei Sniper. Richtig, die haben zwei Sniper. Das heißt, wir dürfen sowieso nicht auf, äh, Fernkampf gehen, das könnt ihr knicken, Leute. Also instant abholen, wenn die zu weit weg sind. Gar nicht versuchen. Lasst sie rankommen. So, ich hätte natürlich mein, okay, wir gehen zu eins. Achso, ich hab nicht aus, ja, eins. Hast du deinen Nippel wieder drauf? Nein, hab ich jetzt natürlich dran gedacht. Na super. Wer ist denn da noch afk? Okay, gut. Vorsicht, nicht zu agribisch, äh, vorlaufen, ne? Aufpassen auf jeden Fall. Ich geb euch von hier hinten noch die Deckung. Ihr könnt schon mal langsam vorgehen. Okay. Mehr Deckung geb ich nicht. Ich komme. Okay, los, Anna, rechts, Anna, links. Los, 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 los. Okay, komm, 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 komm. Da hinten ist Anna, hinter den Container links. Ich hab einen. Ich hab einen geflasht hinten. Aufpassen. Weißen, oben. Hinter uns, hinter uns. Obbel, obbel, raus. Los, wie der eine gefressen hat, WTF. Im Ernst? Ey, warum explodiert... Nix, ich wollt schon sagen. Aber er entschärft leider. Also das war gerade komisch. Der eine hat gefressen wie so ein Stier, ey. Okay, wir gehen zwei. Ich find zwei besser. Kann man viel mehr machen, irgendwie. Eins ist mir zu eng. Beides nicht ganz sehr gut. Irgendwer ist auf keiner Base. Ja. Was? Da kommt einer. Vorsicht. Ich hab schon was gehört. Deck. Scheiße, wir brauchen Medic ab nächster Runde. Bitte, wer gemacht? Oh, fuck. Hinter uns auch noch. Einen nur. Rechts ist einer Wand, rechts in der Nische. Okay. Er läuft weg, er läuft weg. Nehmt die Bombe. Da ist nix, da ist nix. Okay. Ihr müsst nur vorne aufpassen. Ich passe hinten auf für euch. Ich bin noch 13 Sekunden da. Okay, ich bin weg mit meiner Deathcam. Sorry. Geh mal ein Stück vor. Wow. Sehr greedy. Oben, oben drauf. Ich glaub, ich hab was oben drauf gesehen. Entweder war ich blind oder ich hab was gesehen. Okay, gut. Äh, Inji, du musst deine Meme planten, ne? Oder hast du keine mehr? Vorsicht, rechts. Los, Snake. Vorsicht, rechts. Da, links. Vor dir. Good job. Die Entdeckung. Oh, Flash, ich seh nix. Flash, Flash. Links, links. Okay, er ist reingegangen in die Gasse. Links. Er ist links in der Gasse drin gewesen. Da kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Rechts am Container. Oh, nice, nice, nice. Oh, was der getankt hat. Ja, also bei mir sah es aus, als wenn du ziemlich viel daneben geballert hast. Ja, auch. Okay, wieder zwei. Ähm, wir müssen ein bisschen warten. Wir müssen warten. Äh, die kommen hierher, weißt du, dann können wir die vielleicht von hier drüben hier snacken, vom Zaun aus. Müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Einer muss, äh, genau, Richtung Brücke, ne? Bist du, da kommen schon mal die Nades, dann haben sie nämlich die nicht mehr. Links. Alter. Alter, das kam von links. Ja, ja. Von den Containern aus. Ich hab einen. Okay, Entdeckung, Entdeckung. Scheiße. Haben wir keinen Sunny jetzt. Nein, oder? Ja, toll. Ey, ich hab doch gesagt, ihr sollt einschützen weniger, bitte. Definitiv. Da kommt ein Nate. Oder? Ne, doch nicht. Einer ist auf der Brücke. Ich seh so in der Deathcam, der kommt zu euch. Der läuft zurück. Steht auf der Brücke, bei der anderen Seite. Ah, ich hab's gesehen. Im Ernst. Einer kommt rüber, über Brücke, hinter dir, Leutnant. Leutnant. Nein, nicht nur einer, sondern gleich alle drei. Der eine Sniper liegt da, Achtung. Kommt einer. Idiot. Nice. Idiot. Alter, das war jetzt echt easy, Alter. Ehrlich. Okay, wir gehen links. Wir gehen links. Da hab ich's aber gut ausgetrickt an der Brücke. Mal gut, dass ich, äh... Ich konnte erst zweimal nicht sliden, irgendwie. Keine Ahnung. Wir haben wieder keinen Sni. Super. Leute, eins schützen weniger. Einer wechselt bitte jetzt schon mal die Klasse. Rechts. Doch nicht. Im Fenster, Vorsicht, im Fenster. Auf dem Rohr, auf dem Rohr, er kommt rüber. Weißer. Okay, er ist immer noch da, er ist immer noch da. Er wirft Granate. Einen hab ich, der kam hinter uns. Okay, sehr schön. Äh, Leute, da... Hallo? Hä, ein Messer? Weiter. Äh, ja. Der eine hat mich umgehauen, ich lag auf dem Boden. Äh, scheiße. Hinter dir. Äh, der schießt ein bisschen komisch. Sorry. Ich kann oben drüber gucken. Ruhe! Ja. Er kommt. Der ist bei dem blauen Container, wo Cargo steht. Dein... Ich weiß. Jetzt läuft er bei deiner... Er kommt rechts. Ja, ein Schütze. Ihr hättet schon auswählen müssen, Leute. Ja, ich kann keinen Sunny nehmen. Ich hab gar nichts. Ja, dann bitte der andere. Ist mir egal. Ist mir scheißegal, ob Waffen oder nicht. Das ist... Wir brauchen einfach einen. Ja, dann laufe ich nur mit Defi rum, oder was? Jo, was du Defi killst? Da ist was. Ich hab was gehört. Achtung. Oh, nein! Oh, war mal gut, dass ich hier nicht da planten konnte. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Also weg hier. Also hochkommen, hochkommen, hochkommen. Nein. Oh. Ja. Was ist das denn hier? Scheiße. Also in Lounge haben die. Im Ernst, ey. Fuck. Oh, da hab ich Kro-Waffen drinnen. Ups. Wow, der war knapp. Er hat was kaputt geschaut. Ne, achso, ich hab den gekillt mit meiner Dinge. Hinter mir, hinter mir. Okay, ja. Gut. Ne, nicht im Fenster, oder? Doch, der war im Fenster. Der war im Fenster. Der ist wieder oben, wieder oben. Der ist wieder im Fenster. Der kommt raus. Wo? Links, rechts? Der kommt jetzt vor dir, direkt vor der Bombe. Ih, da kann man durchschießen. Durch die Metalltür kann man durchschießen, grad, irgendwie. Sehr schön. Bombe explodiert. Oh, ho, ho. Oh, ey. Ja, aber ich war zu nah dran, aber egal. Ich hab gewonnen. Okay. Wie gesagt, nur hier vorne stehen. Da, wo die Eins steht. Da hinter der Wand. Da könnt ihr dann zur Bombe gucken. Das ist mir egal. Wir haben wieder kein Sunny. Snake, du wechselst bitte zum Sunny schon mal. Ja. Gut. Ich glaube, ich hab auch die grauen Waffen drinnen. Scheiße. Ah, das ist natürlich... Kacke. Ja, Pech. Egal. 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 Yolo. Da war einer am Fenster bei mir. Ah, Flash. Pass auf den Rohren auf. Achso, du hast... Ach, du hast den Sniper gewechselt? Ja, ich hab den auch gerade gekillt, den anderen Sniper. Da drüben, zwei. Komm mal. Einer ist, nur einer ist, nur einer ist, alles in Ordnung. Okay. Okay, nice. Da ist noch was gewesen, oder? Hab nichts gesehen. Oder wo war der Schuss gerade? Sniper-Schuss. Keine Ahnung. Oder was? Ja, ein Sniper-Schuss irgendwie. Ja, ich hab den anderen gegnerischen Sniper gekillt. Ne, einer ist gelieft. Äh, einer ist gelieft. Lol. Warte mal ganz kurz. DC? Fragezeichen. Bei mir ist was oben? Okay. Ja, er ist oben drin. Warte, ich komm mit Sniper. Spiel safe. Ja, oder so. Biu-biu. Der hat nicht nach unten geguckt. Eben gerade erst, habe ich seinen Face gesehen. Äh, okay, warum die sind jetzt noch zu dritt? Bei only three. Aha, ja, du bist eigentlich an der falschen Posi. Guck mal, du sollst hier eigentlich stehen. Ja, ich weiß. Ja, warum machst du es dann nicht? Ähm. Naja, gut, beim nächsten Mal bitte. Ich wechsel zwischen den zwei. Ja, ja, ja. Ja, gut. Bei zwei, bei zwei. Zwei. Komma. Hä? Äh, er ist noch alleine. Warum? Why? Why leave? Was sind das für welche? What the fuck? Three people? Three people? Die verlieren doch nicht drei, Mann. Äh, I think. Haben die gar keine Kommunikation gehabt? Was? Läuft. Läuft bei denen. Okay. GG, ne? Kann man machen nix, ne? Egal, free win. Ja, das war... Ja, das ist aber kacke eigentlich, Mann, im Ernst. Ist schon kacke. Dafür können wir aber nix, wenn die liefen. Wir waren am Anfang 4-4. Äh... 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 GG... Video ist... Tomorrow... On YouTube. Okay, ich beende damit die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten CW. Bim, Bim. Tschüss. Bye-bye. glacier. Vielen Dank.